Ja, hi! Ich bin der Gauß und ihr schaut die Kultursafari. Ich habe mir neulich mal dieses Video angeguckt, diesem 10-Jahres-Rückblick bei YouTube. Das war ja echt irre, was ihr da alles so an Besuchern hattet. Aber eigentlich hat es mir jetzt den Gesprächsaufbau anders vorgestellt. Wir fangen jetzt nochmal ganz anders an. Frontyard International ist ein Soundsystem aus Hannover. Ja. Und das besteht aus... Frontyard International, war Aquan, schallt durch die Nacht. Heute leuchten alle Sterne, nur für euch in voller Pracht. Dreht mit uns zusammen am Regler, teilt die Liebe weiter aus. Frontyard International, heute rocken wir das Haus. Frontyard International, war Aquan, schallt durch die Nacht. Heute leuchten alle Sterne, nur für euch in voller Pracht. Dreht mit uns zusammen am Regler, teilt die Liebe weiter aus. Frontyard International, heute rocken wir das Haus. Vielen Dank.